Sie will sich noch deine Vorhautverengung angucken. Mordi, ich bin... Was geht von den Außenweltenrecht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Let's rock! Zocker Svens Fortnite-Vernichtung. Ich bin gespannt, was hier passiert. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Zocker Sven. Okay. Ja, ich zocke heute mit euch, meine lieben Follower, eine kleine Ruhe. Naja, fast. In Fortnite, ich... Jetzt ist da unten ne Facecam... Jetzt ist da unten ne Facecam, wo mein eigentlich ist. Ist doch scheiße. So, so, sozusagen. Das war wohl eine kleine Spastik des Internets. Das ist hier nämlich... Marco? Sven, war ich eben online? Nein. Nein? Ich habe letzte Woche zwei Kills gemacht in Fortnite. Da war ich am 20. April unter den Top 40 auf Platz... Wow, das war echt viel. Zwei Kills. Top. Top-Leistung. Zwei Kills. Ha! Eins in Deutschland und... Sveni, Schatzi, hast du schon dein Ritalin genommen? Mutter, ich bin im Stream, ich bin live! Wie viele gucken denn zu? Keiner. Zwei! Sveni... Was? Ich sehe da keinen. Na gut, ich. Aber ich sehe sonst keinen. Du nimmst bitte noch dein Ritalin. Und denk dran, dass wir gleich zu Tante Holunder wollen. Ich will nicht zu Tante Holunder. Ich will nicht zu Tante Holunder. Sveni, ich... Hallo Frau Sieger. Hallo Marco. Hallo Marco. Sveni, wir müssen zu Tante Holunder. Sie will sich noch deine Vorhautverengung angucken. Das ist was, was meine Tante geliebt hat. Ich bin im Stream! Schrei mich nicht so an. Ich kann auch nichts dafür, dass Lisa auf deinen Liebesbrief nur mit Auslachsmindies geantwortet wird. Klaus! Klaus, mein Zimmer, ich ziehe aus! Na, mach's noch. Tja, das spielt jetzt sogar wirklich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Und da ist trotzdem die Phase gedauert. Scheiße. Wunderschöne Insel. Bin sehr gespannt, ob mein Rekord von zwei Kills brechen kann. Äh, Marco, erzähl doch mal, was ist dein bisheriger Rekord bei Fortnite? Ich hab geträumt, dass ich ne Pizza wär. Ich hatte so einen Hunger. Perfekter Rekord. Perfekter Rekord. Ja, hätte ich nicht besser machen können. Ich hab geträumt, ich wär ein Stein. Ach, leider bin ich ein Ass geworden. Da hab ich mich selbst aufgegessen. Dann war ich tot. Ja, Marco, danke für diesen geilsten... Er erinnert mich an meinen Stunt, als ich von der Regenrinne runtergeklettert bin. Die ist leider abgebrochen, dann war ich tot. Reichen Beitrag. Wir sind hier mittlerweile. Gehen wir gleich noch Döner essen, Sven? Du hältst jetzt bitte mal deine fette Fresse, Marco. Das hat hier nämlich gerade überhaupt nichts zu tun. Ich lande jetzt erstmal auf diesem Haus. Könnte zwar die Tür benutzen, aber ich tritt lieber alles ein und mach hier alles kaputt. Schön das Dach kaputt machen. Ich meine, wer macht das nicht? Ich mach das ja auch immer so. Warum sollte man die Tür benutzen, wenn man einfach das Dach abhacken kann? Bei Fortnite beschweren sich bloß keine Nachbarn, dass man durch jede Etage rutscht. Zerdämmern, schön alles vermöbeln. So diesen hässlichen Laminatfußbobach ich auch noch kaputt. Alles so ein schöner Scheißdreck hier. Sven, kann es sein, dass du noch sauer bist, weil Lisa dich nicht liebt? Das hat hier überhaupt nichts zu tun im Stream. Halt bitte deine Fresse, sonst bist du... Der stand da nicht noch voll in 19 Subs? Ach, Live-Sub, ach, Live-Count. Oh, ich hab nichts gesagt. Im Stream. Ich hab mich hier erstmal gut eingerüstet, hab jetzt hier ein schönes Versteck gefunden. In diesem Haus werde ich jetzt erstmal... Mach ich bei Fortnite-Zocken auch immer. ...bisschen nachfassen und Baummaterial suchen. Sieht auch alles noch recht ruhig aus, recht verlassen, aber man muss immer damit rechnen, dass ganz plötzlich... Aaaaaaaaaaah! Aaaaaaah! 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 Sven! So reagier ich auch immer, wenn jemand kommt, so plötzlich. Das erklärt, warum meine Nachbarn mich hassen. Du hast jemanden gekillt. Hast du das gesehen, Marco? Ich hab sogar gehört, in den Ohren. Ein Kill! Ah. Ein Kill! Ich stehe kurz vor meinem Rekord, es sind unter 34 Spiele am Leben. Ein Kill hab ich schon gemacht. Sveni, Schatzi, wir müssen... Sven, Sieger. Ist das etwa ein Ballerspiel? Nein, das ist Fortschneid. Nee. Ich will nicht, dass du immer diese Ballerspiele spielst. Mutti, das ist... Du bist schon in Therapie, weil du noch einnest. Und diese brutalen Kinderspiele helfen dir sicherlich nicht dabei, trocken zu werden. Mutti, ich will ab... Ja, definitiv. Ja, ach komm. Einfach nur... Mach auf Pause, Sveni. Das soll mein Spiel? Auf Pause! Schrei mich nicht so an, Sveni. Schrei mich nicht so an! Leute, da ist jemand, der versteckt sich da. Der braucht sich gerade einen Schutz. Bleib einfach da, Sven. Und lass ihn zu dir kommen. Ich kenn zu ihn. Taktisch unklug, Sven. Ich kenn zu ihn. Da. 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 Oh, top. Der war cool. Ich hab... Das war dann wohl der zweite Kill. Also... Ich hätt's vielleicht nicht besser gekonnt. Ah! Gut, Sven. Gut. Nur noch 18 Spieler. Wenn ich noch einen Kill mache, hab ich meinen Rekord gebrochen. Kleiner Tipp von mir. Man muss immer ruhig bleiben, wenn man angegriffen wird. Keine Panik. Da kommt auch... Ich glaub, ich muss auch mal so spielen. Da treff ich bestimmt irgendwas. Ich probier's demnächst mal. Ich hänge auch vorher an Aushang draußen hin, dass die Nachbarn sich nicht wundern sollen, wenn sie mal ein bisschen lauter zugehen. Aber ich bin nicht gut in diesem Spiel. Das ist dein neuer Rekord, Sven. Drei. Meine Herren, Sveni. Marco, wo wir heißen sind? Leute, ich glaub das nicht. Sieben kills, nur noch ein Gegner. Ein Gegner, nur noch. Sven, ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Marco. Halt bitte deine fette Fresse. Ich muss mich konzentrieren. Sveni. Komm, bitte. Ich kann nicht. Ich schreib mir gesche... Sieben kills, schon willst du mich verarschen. Der Rekord lag bei zwei und jetzt haut er einfach sieben raus, Mann. Ich scheiß mir ein. Hichte! Du kannst morgen noch für Geschichte lernen. Komm jetzt! Wo denn hier passiert was Unglaubliches? Definitiv beste Geschichte. Sveni, das ist die letzte Mahnung. Was soll ich machen, Marco? Soll ich auf ihn zu rennen? Nein. Auf gar keinen Fall auf ihn zu. Ich renne auf ihn zu, Marco. Die Sau gehört mehr. Du wirst dein Leben lang bereuen, Sven. Was ist jetzt los? Das erinnert mich an die Anfangszeit von Pokémon Go. Da hast du was Geiles gefunden und dann auf einmal keine Verbindung zum Surfer. Geil! Ja, jetzt... Was ist? So, das war's mit dem Internet. Du kommst jetzt mit zu Tante Holunder. Wenn die jetzt das Internet gekapert hat, wie kann dann der unten in der Facecam... von der Facecam noch online sein? Da blieben deine Vorhauchverengung! Gott, scheiß mir ein. Kein Bock, ey. Halt, du musst noch deinen Spruch sagen, Sven. Hab ich jetzt wirklich keine Lust, dann will ich es nicht. Das ist aber dein Spruch. Den sagst du immer, wenn du offline gehst. Los! Tschüss, bis dann, euer Sven. Okay. Das Video war echt nice. Das war geil. Das war echt geil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn du nicht... Wieso hat ein Spieletrend ein Shiny-Voltoball gefangen? Ich glaube, ich spinne, Alter.